Ich habe hier eine Funktion aufstelle für Q nicht. Q nicht, also das Invertierte dieses Ausgabes, dann steht hier eine 1, hier eine 1 und hier eine 1 und der Rest ist 0. Und diese Q nicht, die kann ich mir einfach notieren, weil es A nicht, B nicht, C nicht, das steht da drin. Oder A nicht, B und C nicht, steht hier und hier unten ist das Letzte. Dann habe ich also diesen Ausdruck hier. Für Q nicht, das heißt, ich habe genau das Gegenteil von dem hergeleitet, was in einem nicht hergeleitet wurde.